Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Cannstatt? Wir müssen endlich hier weg, wir werden behandelt wie Dreck. Wir haben was zu klären mit unserem Oberindianer. Wir sind ja so talentiert, es wird sein, dass ihr das kapiert. Wir haben ein Fläschchen, Shampoos mit, lass es uns holen. Da schnüffeln wir dann andersrum mit Dieter Bohlen. Und wir sagen, hey Dieter, du bist uns zwar zuwider, doch du bist der Mann für unseren Plan. All die Dachs sind putzig, haben Plattenverträge, schärfen mit dem ganzen Schrott Millionenbeträge. Nur mit deinen Weiber, wer kann statt der Weiber, wir kriegen das nicht und das verstehen wir nicht. Wir wissen genau, wir haben heimlich viele Freunde. Rings um uns her und schwindet werden es mehr. Es wird langsam Zeit, dass ihr nach unseren Autogrammen fragt. Wir haben ein Fläschchen, Shampoos mit, lass es uns holen. Da schnüffeln wir dann andersrum mit Dieter Bohlen. Und wir sagen, hey Dieter, du bist uns zwar zuwider, doch du bist der Mann für unseren Plan. All die ganzen Putzis haben Plattenverträge, Schöpfe mit dem ganzen Schrott Millionenbeträge. Nur mit deinen Weiber, wer kann statt der Weiber, wir kriegen das nicht und das verstehen wir nicht. Leute, geht zu, wir finden uns doch wirklich klasse. Wir sind tief in euch drin, gebt ihr euch ab von der Masse. Wir sind euch doch heimlich, auch mal die Strohschuhe an. Und schließt euch ein im WC und hört unsre CD. Wir schließt euch ein im WC und hört unsre CD. Hallo, kannst du, kannst du uns hören? Hallo, Hallöchen, Hallö. Hallo, kannst du, kannst du uns hören? Hallo, Hallöchen, Hallö. Hallo, Hallöchen, Hallöchen. Hallo, Hallöchen.